Was hab ich dir getan? Was hab ich dir getan? Warum redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich versteh einfach nicht, was los ist. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß wo Sam ist. Ich glaube in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachtturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Fünf Stunden bis zum Laufen. Was willst du tun? Was willst du tun? Soll ich schweißen, reiß dich zusammen, bleib ruhig. Bleib ruhig. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Aber es sind einige Hirsche. Ich könnte ganz vorsichtig an euch vorbeigehen. Wir können nichts machen. So ist es. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich will ja nur nicht runterfahren. Ich weiß, so ist es. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Ich bin nur noch hier in Spiegel. Was wäre die Alternative gewesen? Wir hauen jetzt auf einen Hirsch drauf. Massenpanik und wir fallen runter, oder? Ei, 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 ei. In der letzten Folge... Ich glaube, man hat das gemerkt in der Videosequenz im Kino. Dafür muss ich mich kurz entschuldigen. Da war ein kleiner Cut. Falls wir es gegen jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funke-Ding funktionieren. Das lag daran, dass... Ich habe die Playstation so eingestellt, dass wenn ich aufnehme, dann geht es im Videoclip über eine Stunde. Und die letzte Folge war dann auch ein bisschen länger. Normalerweise mache ich immer so einen kleinen Cut, wenn ein Szenenwechsel ist. Ich hoffe, das ging doch. Ich hoffe, das ging doch. Ach, wirklich? Ich kann nicht sehen, was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Bestimmt. Erstmal gucken wir nach dem Toten hier. Was haben wir denn da? Die müssen wir uns gleich alle irgendwie nochmal angucken. Ja, ist bewegungsaktiviert. What I will. You will. Felix. Bewege. Bei. 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 Aber bis jetzt, ich bleibe dabei, läuft das relativ gut. Also wir haben ein paar Entscheidungen getroffen. Und wir haben ein paar Entscheidungen getroffen, die nicht schlecht waren. Also wir haben jetzt nicht auf die Hirsche eingedroschen. Ich denke mal, dann wäre irgendwas schiefgegangen. Wir haben diesen Wolf, diesen Hund beruhigt. Wir sind, naja gut, das Weglaufen dachte ich, das wäre ein bisschen erfolgreicher. Und ich glaube, bis auf einmal hat das mit diesen Quicktime-Events auch ganz gut funktioniert. Und wahrscheinlich, jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt geht es schief. Warum? Warum? Du hast eine Waffe dabei und du nimmst sie weg. Ach, wie toll. Äh, warum ist es hier plötzlich so wendig? Wir sind schon fast drin. Ähm, du läufst einen Turm rauf und der steht auf, ähm, auf dem Berg. Das könnte also tatsächlich passieren, dass das windig ist. Das wäre die perfekte Verteidigungsposition. So, da kannst du mir jetzt sagen, was du willst. Du machst da einfach dicht. Du siehst einen kommen. Und da hältst du was drauf, stellst du irgendwie am besten in den Schrank oder so. Und da ist tatsächlich ein Funkgerät und da ist irgendwas anderes. Gruppierer. Tja, kein Strom. Nee, ausgehend tun wir noch nicht. Kein Strom bedeutet natürlich auch da kein Strom, ne? Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Ein Spind. Hennas Plakat. Wer hat diese Person gesehen? Ach, der gibt dir verschwinden langsam mehr Sinn. Hannah Boschengen wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 31 und 32 bei der Ski-Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt, weil sie nicht knutschen wollte und sich das Hemd aufgezogen hat. Und überhaupt. Und sie panisch rausgerannt ist da ja. Gehen wir mal raus. Das wäre zu einfach, oder? Wäre das zu einfach? Ich bin ja ein Freund von Hinweisen. Da ist die Emergency-Pistole. Guck mal. Guck mal. Behalte. Gib Matt die Leuchte. Das Führungstodium hat gesagt, wir sollen sie geben. Ich hoffe, das Führungstodium hat das nicht angelogen. Aber bei dem Wolf lag es ja auch richtig. Dann könnte, sollte das ja... Was kommt jetzt da raus? Guck mal, was kommt. Ich wollte es nur wissen. Beth waschen. So, versuchen wir es mal. Power? Grün. Grün ist super. Also, ich muss es mal sagen. Okay. 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 Sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Parkranger-Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Bitte, 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 Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Können Sie mich hören? Beruhen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe. Bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Mein Name ist Emily. Ruhig bleiben, Mädchen. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Oh, komm schon. Informieren, wir sind oben auf dem Werk. Wir harren, wir werden sterben. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Ich ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe. Sie müssen uns helfen. Die Option, dass Matt das übernimmt, gab es jetzt nicht, oder? Bitte, möchten Sie langsam und deutlich. Hilfe, 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 Hilfe. Das stimmt ein Scheiß nicht. Ich höre Sie mir. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken einen Schauber, die Sie da rausholen, so weit der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen. So früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Scheiße. Oh mein Gott, er ist hier. Er wird mich umregen. Ich habe die schon mal, sage ich, da reinkommen. So gut. Dachte ich. Bis gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Oh, er ist noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Emily! Emily! Okay. Okay. Verdammt! Scheiße, shit! Oh, shit! Nein, nein! Oh, shit! Ich hielt das echt für eine gute Idee, auf den Turm zu gehen. Aber wie ist denn der befestigt, dass du einen so ding losmachst, und das kann sie nicht finden? Das geht doch gar nicht. Oh, shit! Ah! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir, bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Alles wird gut. Beleidigen, was ist dein Problem? Ich würde gerne beleidigen, aber wir sind ja nette. Emily! Du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Hä? Hör auf zu labern! Ich heiz nicht mehr aus! Hör auf, mich anzubrüllen! Und lass mich einfach machen! Okay? Nein, hör du auf! Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das so was von Leid! Stopp! Hör auf! Jetzt mal ganz ehrlich, die Alte regt mir auf! Was immer du sagst, Prinzessin! Jetzt hol mich, bitte, von diesem gottverdammten Turm! Bitte, 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 Matt! Tu endlich was! Ich werde springen! Matt! Scheiße! Ich versuche nur, den, den sichersten Weg zu dir zu finden! Du Idiot! Jetzt hol mich endlich weg von hier! Ganz ehrlich! Hallo! Emily!